3. April 2018, 23.58 Uhr Arturo Vidal beklagt Knieprobleme Bayern München muss einen erneuten Ausfall von Arturo Vidal befürchten. Der Mittelfeldspieler musste beim 2-1-1-1 im Viertelfinalhinspiel der Champions League beim FC Sevilla mit Knieproblemen ausgewechselt werden, wie Trainer Jupp Heynckes berichtete. Für den Chilenen, der bereits am Samstag gegen Borussia Dortmund 6 zu 0 wegen einer Prellung gefehlt hatte, war in der 36. Minute der Kolumbianer James gekommen. Auch der Spanier Juan Bernhard erlitt beim ersten Bayern-Sieg in Spanien seit 2013 eine Verletzung. Der linke Außenverteidiger zog sich laut Heynckes eine Fleischwunde oberhalb des Knöchels zu einem weiteren Einsatz nicht zuließ. Für ihn wurde der Brasilianer Rafinha eingewiesen.